Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es die nächsten Highlights und zwar von der Solo Halbzeit, die ich am Freitag gespielt habe. In dem Cup habe ich endlich mal einen neuen Punktrekord in Solo Cups aufgestellt und das wirklich deutlich höher als der letzte Punktrekord. War auf jeden Fall ein extrem nices Turnier. Ich bin häufig ins Endgame gekommen. Ich hoffe ihr bleibt natürlich bis zum Ende dran. Lasst natürlich auch gerne ein Abo da, außerdem werdet kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich denke mal, ich werde heute auch wieder streamen. Ähm, lasst dort natürlich gerne ein Follow da. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Highlights. Oh mein Gott, bin ich lost. Ich habe Snipe und zwei Bursts verkackt. In dem Spiel fehlt mir so ein bisschen wieder Anspruch, mich richtig anzustrengen. Ja, ja, same. Weil man gewinnt halt nicht wirklich irgendwas. Ich hab Pappen. Ich versuche halt trotzdem, nur in den Gunfight zu... Ey, was meint Simon gerade? No way, A-Z-N-Happi! Ja. Mates. Aber. Fünfer Ticket. Fünfer Ticket. Fünfer Ticket. Fünfer Ticket. Fünfer Ticket. Fünfer Ticket. Ich hab's mit. Ich hab's mit. Hey, ja. Ich hab's mit. Ich hab's mit. Oh, fuck. Der gibt mir ein Hunderter, der Ehremann. Aaaaah. Wenn du keinen guten Heal hast, hast du schon eine Runde verkackt. Äh, denke ich. Ja. Hast du eigentlich recht? Der Fixer. Glück gehabt, dass ich keine Metz hatte und dass ich, äh, so viel Heal hatte. Ich hab' im Safe 500, 600 Schaden. 5, 600. Ja. Er hatte so viel Heal, dass es nicht mehr noch... Was? Und am Ende hat er mit 14 AP überlegt. Weil die Zone kam. Dumme Pfeifen. Oh, wie geil! Auf einmal kommen da 20 Leute. Oh, der Geist, Schildbroke. Ich bin an RPC mit 3. RPC hängt ja auf, dass man nach 10. Ich bin an RPC. Jawoll! Aber nein, der muss noch sterben für Trashman nicht. Zwei Shots. Und da ist das Trashman nicht. Okay. Wack. Schildbroke. Ich hab' 5. Ich rocket launch mich selber. ich habe mich grad voll erschrocken obwohl ich wusste, dass da ein gegner ist oh wie süß er hat keine mats, auf ehre mann, ein 30er aktive zuschauer, passive 100er shot, wichtig ich kann auch mal laufen jawoll jawoll ich kann sowieso nicht mehr, ich hab auf dem account schon geteilt kann es sein, dass man noch so viele drops, nur noch kleine flusche kriegen kann nein nein nur noch kleine flusche ich hab einmal zwei, ne sorry ich hab wahnsinnig auf dem robber jawoll danke für den freekill kein ding eigentlich müsste man einzeln groß was kriegen aber, dann mach es ich kenne mich alle 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 Ach, Digga, das war shit. Oh my god, can I spawn, dog? Oh my god, get shit on! Hey, das ist sogar für ihn gespielt. Nein, er hatte in den letzten... letzten... ähm... Na... ... 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 Oh mein Gott, hab ich ihn gelasert! được Held ... ... ... ... ... ... ... please 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 nein jetzt bin ich wahrscheinlich gleich stort Ich bin absolut wunderschön mit dem Spiel. Bitte gönnen. No way. 85er. Sehr schön. Oh mein Gott. Den hab ich ja so auseinandergemacht. Oh shit, Alter. Das ist ein sonnenlanger Pfeil. Ja, ich bin safe down. Oh. 100 halt. Von Fix. Fix. Ja, ich hab sie nicht drin. Ich sag sie den Code aber. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach du sie schießen. Oh nein.